Musik Um kaum eine andere Hunderasse ranken sich so viele Legenden und Mythen wie um den Sibirian Husky. Wahrscheinlich, weil sie die erste vom Wolf abgeleitete Urrasse sind. Bekannt aus unzähligen Geschichten und Erzählungen sind diese Hunde für viele Menschen die Verkörperung von Freiheit und Abenteuer. Musik Jedoch gibt es auch viele Klischees bezogen auf optische Merkmale, Aktivität und Herkunft und Charakteristika dieser Zug- und Schlittenhunde. Diese wollen wir aus dem Weg räumen. Hierzu stellen wir euch Nanook vor, ein echter rein rassiger Sibirian Husky. Keine blauen Augen? Eines der ersten Klischees. Huskys ohne blaue Augen seien nicht rein rassig, hört man häufig. Doch das ist ein Irrtum. Das Besondere beim Sibirian Husky ist, dass es eine Laune der Natur ist, die manche von ihnen blaue Augen verleiht. Ebenso ist es nicht rassenungewöhnlich, dass Huskys ein fleckiges Fell besitzen, wie wir an Nanook sehen können. Diese Fellmusterung wird Pinto genannt. Musik Wusstet ihr, dass es im Husky-Ursprungsland Sibirien im Sommer bis zu 30 Grad warm werden kann? Daraus folgt das zweite Klischee über Aktivität und Herkunft dieser Hunde. Häufig hört man, es sei eine Tierquälerei, Huskys in warmen Ländern zu halten. Jedoch ist bekannt, dass diese Hunde sowohl in warmer als auch in kalter Umgebung leben können und ihre Aktivität anpassen. Ihre Aktivität fordert natürlich ein gewisses Pensum an Bewegung. Allerdings müssen Huskys nicht, wie so oft fälschlich erwähnt, stundenlang rennen. Auch da gilt, sie brauchen nicht mehr Auslauf als andere ausgewachsene Hunde. Was die Charakteristika angeht, so behaupten viele, bei Fußlaufen und Leinführigkeit sei mit Huskys schwierig, da es Zughunde sind, die diesen Antrieb haben. Auch das ist ein Irrglaube, Nanook zeigt es uns. Es ist eben alles Übungssache. Huskys sind als Zug- und Schlittenhunde bekannt, jedoch sind sie je nach Charakter unterschiedlich ausgebildet und man weiß, es gibt Huskys, die gar nicht ziehen wollen. In der Hinsicht sind sie sehr eigenwillige und selbstständige Hunde. Dank Nanook konnten wir hoffentlich einige Klischees aus dem Weg räumen und allen, die das Abenteuer lieben, die Scheu nehmen, sich diesen tollen Tieren zu widmen.